hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge auf dem ich glaube absolut besten kanal irgendwie hier in der umgebung so im sandkampf und dieses heute zu einer schönen feierabend schnitzelei verabredet und testen unsere neuen reifen auf unserer geheimstrecke ich habe dabei den jay das ist ein hallo immer so lange dauert wenn es meines harzurlaubs mit rené ist leider die halterung von der gopro kaputt gegangen am lenker und deswegen von der insta deswegen muss jetzt mal gucken wie ich das ganze wieder hier zusammenkriege mit passender position und da fahren wir eigentlich die neue strecke wir fahren einfach also die normale strecke kenne ich aber die neue bin ich jetzt zwei mal gefahren ja das finden wir schon reverse engineering die ist aus schade guck mal leuchtet nichts wer war denn die letzten tage nicht da ich habe dann nur angetäuscht ja das tust du immer du täuscht immer an sagst du kommst und dann nee ich komm nicht und damit meinte ich nicht nur das fitnessstudio als ob ich links neben dich fahre als ob ich links neben dich fahre pass mal auf du alt fahren versuch wert ja bevor du mein not ausdrückst drücke ich ihn selber guck mal wir haben es soweit geschafft uns gegenseitig zu helfen also eigentlich bist du gefahren und okay jetzt hier sind wir falsch das haben wir noch nie gesehen kommt mir gerade auch irgendwie spanisch vor ich glaube wir hätten da rechts gemusst nein solamente die derecha oh hier bin ich echt noch nie lang gefahren glaube ich so entiendo was ja du hast doch gesagt hier kommt spanisch vor ich habe gerade spanisch ja doch 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 was ne die brücke kennen wir ja ja ne doch nicht fahr mal weiter fahr mal weiter 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 nein hier sind wir noch nie lang gefahren naja wir müssen Richtung Bad Wieburg wir drehen gleich können wir uns hier nicht einfach rechts halten nein nein das ist scheiße wir drehen hier ja komm dann fahr links ja da hinten wo das schild ist links ach ja oder ne oder doch warte mal ne das war zu früh wir müssen noch einen weiter oder ne doch das wäre richtig gewesen sorry das war passend hier ist ja schon als Ausgang ja nochmal drehen ja nochmal drehen oh können wir es nicht haben warte mal lass erstmal hoch ganz entspannt weil du nie weißt wo sie stehen könnten ja 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 ich brauche übrigens noch eine Idee für das 1000 Abos Video ich habe meine 1000 Abos so kann man seinen Reifen auch kalt fahren ja so und so ganze so ich ja aber so kann man also der road 5 ja fast auf kante hier sieht das schon sehr eindrucksvoll aus also rené ich kriege dich hat aber lange gedauert bis ich jetzt hier mut gefasst habe ja komm einmal pferdesappeln und gleicher weg zurück ne doch 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 mal heute den anderen weg fahren wir müssen den rückweg auch hinkriegen das kriegen wir hinkommen soll ich vorfahren miemöse ja so ich werde den gleichen naschen hier gerade schild ist noch nicht da 321 weißt du was ich mir gleich richtig schwules gönne das muss ich unbedingt rausschneiden 43er mit jetzt kommt es erst mit maracuja so was würde ich schon aus dem biet nicht trinken weil es zu viel zucker ist serum maracuja wie die endorphine so durch einen durchströmen ich war ihm total sad jetzt bin ich total glücklich bei knie geschliffen mal ein bisschen süßholz geraspelt muss ich mir merken hast du dich die romantik in der luft riechen merken ich habe keine ahnung da hinten r1 und r6 willkommen zu einer neuen tankstellen show heute als hauptgast wie er sein motorrad fallen lässt 21 euro sagte er nachdem er wie power racing getankt hat nimm doch beim nächsten mal diesel mach deinem moped sowieso nichts ja maske vergessen setzen sie wohl die maske auf hat er geguckt maske auf die rüppel warum liegt hier stroh hier dann blas mir doch ein oh nein ich danke warum sagst du wieso hast du mich auf leise gedreht nein und dann hat er alles mitbekommen hat er nicht irgendwie komisch geguckt ist mir doch egal ist mir doch egal es ist viel geiler wenn hier so richtig viel los ist es ist mir doch egal 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 es ist mir doch egal